Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen ist, wir wollen eine von dieser ersten Activity aus, die hier gestartet wird, das ist übrigens das Beispiel aus dem letzten Video, da ist nicht viel groß passiert, ist einfach nur ein leeres Fenster, mit einem Hello World hier drin und ja, von dieser Activity aus wollen wir eine zweite Activity starten. So, da kann natürlich dann ein komplett neues Fenster sein, etwas komplett neuer Text oder Buttons oder was auch immer, komplett neues Brains dahinter, das bedeutet hier diese Java-File wird auch eine zweite sein. Ja, dazu, wenn wir eine zweite Activity launchen wollen, also erstellen und dann laufen lassen wollen, brauchen wir natürlich erstmal eine zweite Activity. So, und wenn wir eine zweite Activity haben wollen, dann gehen wir hier einfach auf App, Java und dann hier eben, ich habe es Test Me Out genannt, ja, hier einfach New und dann sehen wir hier Activity und wählen hier eine Activity aus, die wir hier gerne haben. Ich würde einfach mal eine Blank Activity wählen und sage hier, okay, das ganze Ding nennt sich Activity 2. So, und ja, dann gehen wir hier auf Finish und dann wird automatisch alles erstellt. Ihr seht, hier gibt es dann auch eine Activity 2 hier. Und, ja, jetzt wird es angezeigt. Ich dachte gerade, was zur Hölle ist jetzt passiert. Hier oben gibt es auch eine Activity 2 und hier unten gibt es ein neues Menü, auch für Activity 2 gedacht. So, hier ist das von der Activity Main, also die Hauptaktivity, die auch gelauncht wird. Und das hier ist die Activity 2, nur dass ihr es nicht verwechselt. Und damit ihr es noch weniger verwechseln könnt, oder auch ich das nicht verwechseln, werden wir hier dem ganzen Ding einfach mal einen hübschen Hintergrund setzen. So, Activity Main bekommt, das können wir auch löschen, brauchen wir nicht. Ja, wir können doch hier mal, wo ist der Hintergrund, sagen wir mal ein Grün. Mit Hashtag gebt ihr Hex Colors ein, also Hex Dezimalfarben, also zum Beispiel in RGB dann halt, also immer zweistellig. R wollen wir 0 haben, G wollen wir voll haben, also F ist das Höchste. Es geht 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann A, B, C, D, E, F. Und F ist eben maximal, das heißt, wenn hier 2 F stehen, dann ist es echt volle Power, mehr geht nicht. Also das ist dann quietschgrün. Also Rot 0, Grün voll und Blau wollen wir auch 0 haben. Sieht dann so aus, ziemlich cool, Giftgrün. So, und ja, hier machen wir auch einen Hintergrund, sagen wir mal, wir gehen hier auf Color und suchen uns da raus, was wir wollen. Was liegt denn gegenüber von Giftgrün? Quietsch, Rosa, ja, furchtbar. Okay, so, und ja, jetzt haben wir hier 2 Farben, die relativ eindeutig sein dürften. Wir brauchen natürlich noch einen Button, damit wir irgendwie wechseln können. Ähm, ziehen wir hier einfach mal einen Button rein, genau in die Mitte. Und der sagt, ID ist Button, sollten wir uns merken. Und der sagt dann folgendes, ähm, Switch. Also natürlich könnten wir auch den Background einfacher wechseln, aber damit könnten wir keine neue Activity launchen. Die können ja komplett unterschiedlich aussehen. Also, falls ihr wisst, was ich meine. So, und, ähm, hier haben wir noch ein kleines Attribut, das wollte ich euch schon länger mal zeigen. Nennt sich OnClick. So, wenn wir jetzt hier in OnClick was einsehen, dann können wir eine Methode auswählen, ähm, mit der quasi unser OnClick ausgeführt wird. Also, wir brauchen hier kein Listener-Schreiben dafür, sondern können hier einfach eine Methode eingeben. Ich nenne sie einfach mal OnClick. Wie kreativ bin ich doch heute. Und wir sehen das auch hier in dem Text. Hier steht dann auch OnClick. So, ähm, in Activity, in der Main Activity müssen wir jetzt bloß auch diese OnClick-Methode kreieren. Das ist ein Boolean. Oder, ähm, protected sollte vielleicht noch davor. So, protected Boolean. Boolean. OnClick. On a Boolean, ja, klar. OnClick. On a Boolean. Wie kommst du da drauf? View, View, so. Und ja, jetzt werden wir hier, ähm, in dieser OnClick-Methode etwas tun. Und zwar diese Activity wechseln. Hm, halt, stopp, das ist, ähm, die OnClick ist nur eine Void. So. Okay. Okay, jetzt können wir hier drin, ähm, dann weitermachen. Und hier sagen wir, okay, wir wollen diese Activity launchen. Und das, was wir dazu brauchen, ist ein Intent. Ein Intent ist sozusagen die Absicht, äh, die dahinter steckt. Was wollen wir denn machen? Naja, wir nennen einfach diesen Intent mal i, kreieren einen neuen Intent und sagen New Intent. Und hier können wir jetzt einiges angeben. Ähm, wir können erst mal, ähm, oder wir müssen erst mal angeben, von wo diese Klasse oder von wo diese zweite Activity denn überhaupt, äh, ja, erstellt werden soll. Und das heißt, wir sagen This. Wir sind der Aufrufer mit der MainActivity hier. Okay. So. Das zweite, was wir brauchen, ist natürlich, was für eine Activity soll gelauncht werden. Und das, was wir da einfach eingeben, ist Activity2, das ist die hier, Punkt Class. Das heißt, die Klasse der Activity wird da reingegeben als Parameter. So, und das ist unser Intent. Und mit diesem Intent können wir jetzt diese Activity starten. Das heißt, Start Activity, Activity, und die nimmt einfach nur den Intent i. So, nichts leichter als das, würde ich mal so behaupten. Und hier brauchen wir eigentlich gar nichts ändern. Hier wollen wir auch nichts machen. Äh, wenn ihr zurückswitchen wollt, packt einfach noch einen Button rein und, äh, ihr kommt wieder zurück. So, und wenn ich das jetzt hier laufe, halt, wenn ich das hier laufen lasse, dann gibt mir das Ganze einen Error. Ich muss hier natürlich Public setzen. Denn, ähm, diese XML-Datei, die muss ja da auch drauf zugreifen können. Fällt mir gerade so auf. Und jetzt haben wir die Activity hier. Ähm, und haben diesen kleinen Switch-Button. Ihr erinnert euch, wenn man hier drauf klickt, dann kommt dieser, äh, kleine Dings da unten. Ähm, und wenn wir jetzt hier auf diesen Switch-Button klicken, ich mach's spannend, dann kommt eine knallpinke Activity, und das ist die zweite Activity. Ihr habt's gesehen, hier hat sich so ein kleines Fenster nach oben geschoben. Das ist tatsächlich ein neues Fenster. Also hier kann dann auch wirklich alles in dieser neuen Java-Datei, ähm, gemacht werden. Also, wie eine zweite Anwendung sozusagen. Die erste Anwendung im Hintergrund wird dann pausiert. Das wisst ihr ja noch aus dem Video mit dem Activity-Lifecycle. Und, ja, die zweite Activity ist im Vordergrund. Also geht erstmal durch die OnCreate-Methode, und dann, äh, läuft hier das Ganze. Gut. Ja, das war's dann auch schon. Im nächsten Video werden wir dann lernen, wie man, äh, Daten übertragen kann zwischen Activities. Und, ja, ich hoffe's hat euch gefallen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.